Seit er weg ist, habe ich noch einmal mit Sam gesprochen. Er sagte, dass er und Sarah sich eine Auszeit nehmen würden, um die verlorene Zeit nachzuholen. Er sprach von wertvollen Menschen. Davon, wie wichtig es sei, zu ihnen zu stehen. Er sprach von Familie. Und wisst ihr, was das letzte war, das er zu mir sagte, bevor er aufgelegt hat? Vic sagte er, danke für alles. Ich liebe dich wie einen Bruder. Ein Bruder gehört zur Familie, oder? Ich wusste, was er will, und jetzt bin ich glücklich, dass ich nicht du bin.